ja hey willkommen mein name ist dann über lp und ich begrüße euch zurück zu let's play kingdom a2 final mix in space paranoia geweckt von weil wir haben hier noch einige puzzleteile die war suchen müssen in space paranoid der letzten folge haben wir einige pilze versucht zu erledigen und einige puzzleteile noch gesammelt und da ist das total aber wir fehlen zwei warum uns die ganz schnell und verpiesel uns wieder ja das war mal gucken schätze haben wir glaube ich jetzt alle bis auf radiant garden da hat man gesehen so eine ganze liste war noch aber die hole ich mir noch nach dem spiel nachdem ich das spiel durchgespielt habe weil die sind alle in dieser höhle die man noch nicht erkundet haben und ja das war schlussisch schwer das mal da will ich noch nicht reingehen weil ich glaube da gibt es sogar noch bis level 90 oder so probleme deswegen lassen war das übrigens war durch der park gefällt dann hinter das doch bitte einen like ein abo ein kommentar oder was weiß ich nicht irgendwo weil das kann auch ein bisschen helfen nur so ein like kann schon so richtig gut helfen also katar ruhig hinterlassen ich war ja dachte so nach der bringe sowieso nicht nein das stimmt nicht also ja tut ich kein zwang an macht es einfach durch wie schien aber auch sagen würde gott wo ist das letzte puzzle teil mutter raum vom mcp sein da sagt mir jetzt nicht überhaupt ein kampf wie einfach gehen wenn ich locker fällig jetzt die kurze vorher den letzten boss zu kämpfen dann wollen wir noch ein paar klein vielleicht von mir machen sollte er der geplante letzte part vor dem final sein woher finale wird auch ein paar videos sein deswegen wird auch nicht so ganz aber wir schon was ich meinen welchen selbst erwartet auch schon wieder hinter dieser ein tür wird einfach gegangen auch was ich meine etäle nicht verballert habe ich noch alle hier ausgerüstet da bin ich den letzten boss kaputt haben habe ich erst mal eine hardcore training station machen bis level 100 weil die werden wir brauchen aber naja guck mal so wer ich bin jetzt hier umsonst hingegen da muss jetzt hier irgendwo sein oder komisch aus welchen nehmen war frage ich muss mir echt angewöhnen links und ich bin immer nach rechts gerade also lass mich darüber ein neuer auch fertig naja aufgaben nicht renner ja das ist jetzt nebensächtig gott dann müssen wir noch zurück zum ein typ mehr zum einen pilz welchen wir irgendwie so drehen müssen und ich glaube ich weiß auch wie wir denen erledigen müssen dann müssen wir glaube ich auch mit auflade beserker erledigen da können wir uns schon mal unseren fortschritt bei den pilzen nachgucken und die sind dann alle da zu sehen an einem punkt dann muss ich aber wieder ja ich mich schon mal vorbereiten ich habe lange beserker und kommt das brauche ich nicht aber wieder luft schlitzer rasch wieder die kontrolle möchte kommen abschluss seit wir schon meinen werden da kommen mehrere starke horizontale schläge schreibt macht mich so fertig irgendwie ich glaube der muss man auch so erledigen nur ich glaube der ist ein bisschen einfacher glaube ich ja das glaube ich das glaube ich ich glaube das gut ich dann an diese viecher ich bin nicht mal an die hände in der nähe von dem die sind immer noch am anleiten blöden angriffen war diese höhle er meine ich da sind noch ganz viele schätze die war suchen müssen ich hoffe ja nicht hat da irgendwie und original komplex ist warte mal schätze habe ich jetzt alle schätze habe ich gesagt habe ich alle meine frage ist an woher kriegt hat letzte original komplex muss ich da irgendwie okay ich glaube ich muss dafür dinge das ist auch noch eins ich vielleicht mal gucken ich dachte in die welt die niemals war fehlen nur noch welche da kann ich dann irgendwie auch noch schlecht vorstellen hier fehlt ja noch einiges bei den garten ja und dann die welt die niemals war schätze sind ja alles die dinger in dieser öle nehme ich an gott versuchen wir mal ich glaube ich glaube mit dem muss ich auch einfach nur das hier machen 42 war mein rekord ok ja das ist schon viel besser als mein letztes ding ich nur noch wissen wie viel ich brauche ich nehme an irgendwann lässt er sowieso nach der welt war gut wunderbar das wäre noch ein gegenstand bekommen ok so sehr für heute noch einmal treffen so habt ihr mich gespoilert das gedächtnis betreten 75 braucht schlupf schluss schluss almost 100 so hier fehlt uns doch noch ein teil und bei anderen für uns auch 1 aber ich hätte schon wieder bekommen premium pilz jetzt bin ich aber okay okay wow wow oh mein gott ach ich glaube die bekommt man je mehr man von diesen typen erledigt warte mal ein 1 1 sekund mal 75 prozent und warte mal dort hat er schon 75 prozent oder wer ist auch 50 prozent dann hat er auch was jetzt müsste sich das ja sofort wieder auf für nachdem er seine mp verbraucht hat oder zwar mal so als würde tun hatten wir irgendwie was bringen ja als als mpc charakter das leider nicht der fall ist aber okay so hier kann man nachgucken wie viele wir von den piechern schon erledigt haben aber zur fahrt oder doch noch nicht ich glaube die tauchen alle auf dem mann die alle getroffen hat welcher fehlt jetzt noch welche niemals waren genau wie ging der noch mal dem muss man gleich glaube ich hin dahinter teleportieren irgendwie sowas haben wir alles ich glaube wir haben alles ne wir haben alles da haben wir da haben wir ich will da reinfahren kann ich sogar dann auf zur welt die niemals wahre letzten pils dann kann man gucken ob er den irgendwie finden können mal zur fahrt der in dem fluss der nostalgie und im port royal dem ist man erst später erledigen heirikow alten katze der erinnerung das war nicht nur mal wie man den macht ich glaube muss man auch die bauform einsetzen okay auch noch gegner auf ja ich bin mir zu 100 prozent sicher dass der hier war also nehme ich an wir müssen das spiel durchspielen weniger frei zu schalten oder wir sind eigentlich jetzt doch eben mäßig soweit wie möglich jetzt auch nirgends ohne ne ok gut dann such mal die letzten punkteile die wir noch kriegen können dann können wir uns im nächsten part schon auf zum letzten kampf machen story kampf meine ich natürlich danach haben wir versuchen ein bisschen zu leveln paar andere optionale was zu machen und ja ich finde ich mir immer gleich künftig ging gar nichts ständige vision und die kriege ich nicht von diesen dingen wenn es da tropfen kann ich die jetzt nicht kaufen jetzt auch gut was jetzt nicht wo ich hier welche verpasst habe aber ich habe welche verpasst anscheinend oh gott geht weg ich wollte auch schon mal vor dem letzten kampf hier positionieren da gibt es den weg ich schütze dich mit dem schild nachdem ich lange gegriffen wollte so war hier einer ja da war einer ist gar nicht wichtig wird ich im letzten kampf nutze ich bin ganz normalen weiß nicht der letzte kampf ist jetzt nicht so schwer deswegen ich verlege gerade bräuchte man da ich war von ganz weit nach oben gesprungen kommen verdammt aber da werde ich ausprobieren will ich mich mal im mogel shop manchmal hier mein level feuer höhen mit russpitter mit tropfen ich bin ich erfahrungspunkte ich werde auf maximum bringen weil weil sie nicht damit war manchmal schleife mal kurz her schleife gibt mir vier und auf alles 15 damit also ich kann noch was anderes herstellen ich glaube ich glaube jetzt was man nehmen kann so an so an wie heilkommen verbraucht dadurch nein wir haben da direkt ist mir jetzt hier verbaut ne ah ja ich erinnere mich so hm hm dreck dreck da will ich mal wieder ein ist zwar tot langweilig hier gerade aber wird so ist ja hier gibt mir abwerber so habe ich das jetzt eingesammelt ich weiß gar nicht ha 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 halt puzzle jetzt kommen wir ja auch mal vollständigen gleich gehst überhaupt irgendein grünes stüssel schwert nähe au er tut mich irgendwie so nicht froh stimmen so sind die ganzen puzzle teile ach ich weiß in diesen einen großen raum diesen plattformen es kommt alles zu mir zurück ja wer hat euch geil wenn ich ulti war im letzten kampf hätte aber nein das war hat ich glaube dafür müsste ich den bokel shop hier voll hochleveln ich brauchte auch noch vielleicht noch bis 11 65 oder so hochleveln einen kampf mit ultima im letzten kampf habe aber naja muss nicht wer aber episch mussten nämlich ich mache ich mache ich kaputt weil du hinterlässt manchmal was was ich gebraucht könnte er bringt voll riko danke 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 haben wir es jetzt wird der hinterlässt hat so reich gibt die krise ich blöde dieses ding braucht man nämlich für ich glaube kraft polzen oder so ich plane die jetzt irgendwie anders zu fahren so ab wann ist jetzt hier mein gott das ist noch viel zu hoch hier bist du reichen oder ja so nicht so auch nicht so gut wieder bereichen das ist jetzt aber alle gewesen sein oder gut auf zum letzten kampf dann also ich habe noch irgendwie ultima zu bekommen wenn nämlich eben wenn ich das noch im letzten kampf bekommen könnte weil danach ist nicht mehr so wichtig wo ist denn hier noch ein puzzleteil wo habe ich denn hier immer noch eins verpasst hat mich jetzt auf in der mitte sein wo ja dass ich echt sein dass hier letzte puzzleteil ich finde bis auf die idee in rating garden auch finden muss wo er könnte auch sein als zwischen puzzleteil ja irgendwie hochkompluss bekommen wäre natürlich optimal dass auch jetzt hier nachguckt in dem einen raum der bau nachgeguckt ich glaube ja okay ja klar war direkt so ein netz puzzleteil führt mir noch der jetzt geht darf man von dem wahrsein wo wir sind dann noch gar nicht mehr so viel aber ich glaube ich weiß wo am eingang von diesem gebiet herrn er ist klar ich habe übersehen ab so was von gewusst gott okay wir raus zum speichern punkt und machen ein paar puzzle teile ja puzzles fertig ganz glaube ich verdienen ja oder hier jetzt muss noch weiter untergehen gott abgeschlossen jetzt wird gepuzzelt ha 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 so haben wir jetzt schon überhaupt was abgeliefert haben wir ja schon da kann man nicht dann zeige er ja so einfach sie sind auch klein so wie so ein erlöser jahr betrachtet im bild ich meine es allgemein so und es war wird irgendwie wie äquivalent von jesus in diesem spiel seltenes parlament okay ja lohnt sich auf jeden fall noch hier das bild war nicht schon immer schön das bild war nicht so viel ernsthaft also ständige version hat jetzt nicht so gemacht bin ich da morgen und das könnte ein bisschen daran ich hoffe es lohnt sich das glaube ich ein bild von chain of memories wenn die ganzen ecken erst mal die muss man zum glück nicht drehen also schon mal sehr gut aber trotzdem kommt glaube ich die ganze organisation haben wir das post so muss weiter höher also ja ja so 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 langsam von was malus war den hübschen ich weiß als sehr spannend gerade wenn mal schon geformt aber kommt anderswo keine ahnung kommt das hin ich glaube ja eigentlich normalerweise einfacher werden jetzt wechseln und jetzt bin ich verwirrt es wechseln hier das namen eckteil lag zehn langsam von stammert richtig wie sie das hier so komisch aus irgendjemand muss mit irgendjemand ausgetauscht werden ok soll schon besser aus galaxias wie auch immer mal den typen ausspricht musst du hier fehlt noch was seine brust er lohnt sich nicht weil ich jetzt auch nichts gegen so eine kleine position aber wenn schon lohnen komikieren dahin wenn ihr noch übrig und das exekutiv regen verdammt kein ding ins war keine riechung plus weil es gedauert viel zu lange glaube ich alle formeln abgegeben was haben wir denn vollblüte ich habe den ihr bekommen was die maximale p drastisch erfahrungspunkt ist natürlich jetzt sehr doof wenn sie herausstellt euch das letzte dinge echt durch schmieden bekommen dann werde ich auch ein bisschen level und ein paar sachen sammeln da ist glaube ich da hat irgendwie voll viele ap gibt ne so 50 oder die 30 regen so hat ne zeige er mal her das heißt hier so war hat unser teil exekutiv ring jahr 30 und vollblüte angriffskraft fünf dinger und drei uhr könnte ich eigentlich mehr geben aber ich brauche ich jetzt auch nicht gut jetzt genauso viel anders auf die verteidigung ich habe mir abwalt kraft als angesprochen was gut dann sehen wir uns in der nächsten folge form finalen kampf im finalen kampf weil ich na gut da würde ich sagen wenn ich das video gefallen hat dahinter das doch bitte einen daumen nach oben oder ein kommentar oder ein abo und was auch immer und dann sehen wir uns der nächste folge wieder verhältnissen nummer zwei feilen max ich bleibe mich alle zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge